An deiner Stelle würde ich mir um Bärchens Nervensorge machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sieben heute. Hätt's mir mal vorher sagen können. Bis ich sonst so einen Frauen verstehe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020